hallo freunde grüße euch das ist kein youtube sports ja ich habe was geiles für euch auf lagen nicht für euch aber ich lasse euch was in der platzen ja 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 und zwar den lieben jeti mr fred 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 die aufnahme grüß dich red jedi hallo ich habe eine überraschung für dich ja ich schicke dir mal zu und ja hier ist der umschlag aber es ist nichts drin ich habe daneben liegen das was du von mir kriegst ja ich bin gespannt ob man von dir was erwarten kann würde mich natürlich freuen und ja schöne grüße für mich dich von mir an da wo du wohnst nach berlin genau also ich hoffe du wirst da spaß mit haben ich würde mich freuen über so ein kleines let's play von dir und ja in dem punkt würde ich dann einfach sagen danke ich hoffe es macht dir spaß und bleibst so wie du bist deswegen schicke ich dir das zu danke bro haus da rein ich wünsche dir was dann hier rost hallo freunde des geilen youtube sport grüß euch euer virus falls euch dieses video gefallen hat dann lasst doch einfach mal ein schönes kommentar da für andere sachen gibt es dann einen daumen da oben und falls für mehr dann einfach unten mal den roten button blicken und würde sagen danke für zuschauen bis zum nächsten mal euer virus wünschens schau befao